Und da gehen wir mal rüber. Reale Irrsinn. Lärmschutz für Friedhof Mechernich. Englisch ist voll einfach. Ich sehe, dass manche Leute da wirklich mit scheitern. Also da haben mehr Leute Probleme, als ich immer dachte. Deswegen versuche ich, so gut wie es geht, Englisch zu umgehen. Und auch bei den Memes, die ich benutze, nehme ich mittlerweile deutlich weniger Englisch her als früher in den ganzen Clips. Was schwierig ist, weil da muss ich so viele deutsche Clips finden. Aber das halt einfach accessible ist für so viele Leute wie möglich. Deswegen rede ich hier auch Englisch. Ja, moin. Also, Lärmschutzwand für Friedhof in Mechernich. Rennen da. B266 in Mechernich ist schön. Schön laut. Die Anwohner, die hier direkt an der Bundesstraße wohnen, fordern schon seit Jahrzehnten einen Lärmschutz. Das ist ja auch mit Stress verbunden. Sie hören ja selber immer nur den ganzen Fahrlärm, den ganzen Lkw-Lärm und so. Es geht eigentlich ja mit dem Lärmschutz auch ein bisschen um unsere Sicherheit. Denn dreimal hat schon... Ja, aber ich dachte, es geht um einen Lärmschutz für einen Friedhof. Also, ich meine, wurden da Leute auf dem Friedhof? Also, die gute Dame will jetzt nicht zu nahe treten, aber... Ich glaube, die hat noch ein paar Jahre. Vielleicht nicht viele. Weiß ich nicht. Und sie ist ein Autor. Ich bin scheiße in Englisch. Auch Deutsch rechtschreiben. Nur sprechen kann ich's gut. Ja, das können viele, dass so das Mündliche deutlich besser ist, weil man das halt lernt eben durch das Internet. So war es bei mir ja auch. Also, ich konnte viel früher echt gut Englisch reden, bevor ich irgendwie vernünftig schriftliche Sätze formulieren konnte. Im Garten gelegen. Zwei haben kurz vor der Mauer... Kennst du die Folge schon? Nicht spoilern, bitte. Das dritte hat das Gartenhäus in zehn Zentimeter verschoben, die ganze Ecke kaputt gemacht. Ja, warte, jetzt habe ich es verpasst. Was ist da passiert? Wieso zerlegt die Autobahn alles? Den ganzen Fahrlärm, den ganzen Lkw-Lärm und so. Es geht eigentlich ja mit dem Lärmschutz auch ein bisschen um unsere Sicherheit, denn dreimal hat schon bei uns ein Auto im Garten gelegen. Zwei haben kurz... Hältst du, ob da einfach die Autos reinfliegen und deswegen brauchen die eine Lärmschutzwand, damit nicht so viele Autos angeflogen kommen oder was? Nehmen wir einfach japanische Memes, dann haben... dann haben weitaus mehr die Arschkarte. Aber ich will ja, dass weniger die Arschkarte... ... vor der Mauer oben Halt gemacht. Das dritte hat das Gartenhäus in zehn Zentimeter verschoben. ... die ganze Ecke kaputt gemacht. Viel Krach und umherfliegende Autos. Da musste wirklich mal dringend gehandelt werden. Und der Landesbetriebsstraßen NRW handelt und baut die Erse... Vor allem, wie können denn da so viele Autos rausfliegen an der gleichen Stelle an der Autobahn? Also ich verstehe es an so einer Landstraße, wo man so eine S-Kurve ist, dass die irgendwie sehr gefährlich ist. Aber eine Autobahn geht ja immer geradeaus. Ganz weiten Kurven. Wie können denn da alle an der gleichen Stelle rausfliegen? Was haben die da hingesetzt? ... sehnte Lärmschutzwand. Ein paar Mario Kart-Items aufgestellt oder was? ... für 900.000 Euro. Straßen NRW hat einen genauen Plan, wo Lärmschutz nötig ist. Wir haben vor Beginn der Baumaßnahme ein schalltechnisches Gutachten erstellen lassen. Ganz genau hervorgeht, welche Häuser im Bereich unserer Umbaumaßnahme von zusätzlichem Lärm betroffen sein werden. Aber bei Lärmschutzwände, da verstehe ich sogar mal, dass die so teuer sind, weil die sind halt wirklich so ein massive Bauprojekt. Und dann kostet das so viel. Wir hatten halt in dem Format hier Toiletten, die haben mehr gekostet. So eine einzelne öffentliche Toilette. Also für so knapp eine Million für Lärmschutzwand beschwere ich mich tatsächlich mal nicht. ...häuser speziell zu schützen, haben wir diese Lärmschutzwand errichtet. Somit sind diese Häuser nun geschützt. Ebenso wie der Friedhof. Nur bei den Anwohnern, die Straße runter, bleibt alles beim Alten. Ich hab jetzt gehofft, die sagen halt, ja, der Friedhof in der einzelnen Lärmschutzwand ist ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Aber bei den Anwohnern ist ja auch was. Sodass sie sich drüber lustig machen, dass die eben da auch gebaut haben. Aber jetzt haben die bei den Anwohnern nichts gebaut. Leute! Ohne Lärmschutzwand! Natürlich fühlt man sich verarscht. Klar, äh, es, äh, steht außer Frage. Ich werde ständig angesprochen, was ist denn da oben los? Die spinnen doch, wie kann man sowas machen? Mittendrin aufhören und so. Fliegt alle zwölf Jahre mal beim Unfall ein Auto von der Straße, aber trotzdem, dass dreimal bei dir ein Auto im Garten landet, ist schon krass, finde ich. Auch hauptsächlich wegen dem Friedhof, dass der jetzt den Lärmschutz hat. Und auch der Supermarkt ist ja auch geschützt. Aber wir Bürger nicht. Wo gibt's sowas? In Mecher nicht. Denn nur da, wo die Straße ausgebaut wird, ist Lärmschutz gesetzlich vorgesehen. Am Ende dieses Baufeldes endet auch unser Anspruch, äh, unser, unserer Pflicht, eine Lärmsanierende Maßnahme herzustellen. Hä, und why? Lang dieses 490 Meter langen Bereichs wird neu gebaut. Hier gibt es Lärmschutz. Die machen eine Lärmschutzwand für die Baustelle. Die ist gar nicht für die Autobahn. Alter, wer setzt denn die eigene Autobahn bitte durch diesen Ortsteil durch, wenn hier oben der Ort vorbei ist? Wieso macht man das denn nicht dahin? Das hier ist ja nicht mal mehr ein Haus. Das hier ist irgendein Auto verkauft. Das sieht auch eher aus wie irgendeine Hangaranlage. Hier, hier sind keine Wohnhäuser. Setz das doch da hoch. Hier, die Autobahn macht doch eh so eine Kurve. Einfach so ein, so ein kleines Stückchen nur weiter. Das sieht aus wie immer, das sieht die Skyline-Stadt. Einfach so Wohngebiet, zack, Autobahn durch. Supermarkt und der Friedhof drin. Auf den weiteren 300... Wait, Supermarkt und Friedhof hat eine Wand? Und hier in der Lücke nicht? Das ist eine Bundesstraße? Ach so, ich dachte, das wäre eine Autobahn. 90 Metern, wo die Häuser der Anwohner liegen, gibt es keinen Lärmschutz. Und wer sagt denn, dass es dort auch wirklich laut ist? Das Wohngebiet weiter hinten befindet sich nicht mehr innerhalb unserer Baumaßnahme. Und deswegen haben wir dafür auch keinen Nachweis, dass es Lärmpegelüberschreitungen gibt. Nein, wenn man nicht misst, stellt man auch nichts fest. Die Lärmbelastung in den Gärten der Anwohner deutlich über dem Grenzwert von 60 Dezibel. Man hört es dann auch so krass im Hintergrund von den Aufnahmen. Eben, sollen sie dann einfach schneller sterben. Kappa Kappa, war ein Joke. For the Record, war ein Joke.